Aber ich kann noch nicht wirklich drauf schießen. Ne, ne, mach auch nicht. Und ich würde sogar nicht schießen. Ne, ne, nicht schießen, nicht schießen. Sonst könnt ihr uns hier halten. Aber sollen wir schon mal ran? Eine Minute 20, das ist die Zone, die relativ kurz geht. Wir müssen noch ziemlich weit. Ey, aim die zu uns? Weiß ich nicht. Ich renne vor uns. Oh, jetzt hast du die. Ja, die haben auf uns geaimt, ne? Obwohl, ne, warte, der einer hat falsch geguckt. Sollen wir hochrennen? Jetzt habe ich einen ausgenockt. Okay, ich renne hoch. Jetzt hast du mich provoziert. Ja, du hast mich provoziert. Ja, jetzt muss ich einen ausgenockt. Du hast mich voll promoviert, ey. Du hast mich voll promoviert. Schrage nimmt. Ja, schrage nimmt. Ah, der ist bei dir vorwärmt. Ich habe einen ausgenockt. Warte, 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 ich komme von links. Ich sehe ihn, warte ganz kurz. Er ist ausgenockt, er ist ausgenockt. Ja, ich habe ihn ausgenockt. Aber hier lebt noch wer. Ich bin down, ich bin down. Okay. Aber irgendwer lebt noch von denen. Die waren jetzt alle nur ausgenockt, ne? Ja, der ist dort links, der ausgenockte. Kann ich nicht holen. Okay, ich gehe zurück. Jetzt bisschen. Ah, die Zone kommt. Ist egal. Jetzt kriegen wir hin. Der könnte von rechts kommen. Ist egal. Ich fülle dich erstmal, dann heilst du dich. Ja. Dann machen wir den Rest. Wieder einer ausgenockt. Aber wieder ein anderer. Komm jetzt. Noch einer ausgenockt vor mir. Sind die denn alle? Hier, direkt vor mir, direkt vor mir. Ich habe nur noch drei Schuss. Ich habe nur noch drei Schuss. Hab sie. Hab sie alle. Sehr gut. Starmer. Okay, ich loote den hier. Zone kommt. Nee, wir müssen... Ich weiß auch nicht. Ich kann mich noch hochhalten. Ist okay. Ich kann an der Brücke snipern. Das stimmt. Aber es wäre eigentlich geiler, wenn wir... Also zu zweit kann man richtig gut Autos eigentlich kaputt schießen. Sodass sie explodieren. Eben, ja. Einfach draufhalten und dann bomben. Das hättest mich eigentlich... Wow. Was? Ich bin super weit weg von dir. Bei mir warst du genau an mir dran. Ganz genau. Ja, also wirklich so ein Millimeter, Mann. Ich habe voll den großen Rücken weggenommen. Das war die Brücke nun, über die wir gekommen sind. In der hinteren. Ja. Genau. Das war ein Zentimeter vor mir, Mann. Du bist mir quasi über die Fußspitzen gefahren bei mir. Oh, Vorsicht. Da hat schon jemand wieder eine Katte reingebaut. Hält drin. Jetzt fängt er wieder an mit seinen Tony Hawk Pro-Skater-Skills hier. Oh. Hey, hey, hey. Hey, was zum Teufel? Was machst du? Ich wollte durch das Loch fahren und auf einmal warst du bei mir. Okay, lass mal nicht in der Nähe fahren. Lass mal Abstand halten. So für den Meter oder sowas. Wie ein Armag hier. Rubberbanding. Du warst überhaupt nicht vor mir und dann, als ich auf einmal am Loch war, warst du auf einmal... Als ich am Loch war, warst du vor mir, kriegst du ein Auto hoch. Ich glaube, wir sollten auch über dieses Thema gehen. Ja, über dieses Thema. Hier sind auch noch Buggys. Können wir uns auch noch alle gleich holen. Also rein typisch, dann... Warte mal, dann legst du dein Auto hin. Oder ich, der meins in Mainz, hat wenig Benzin. Mainz hat auch ganz wenig Benzin, aber ich habe Benzin mit. Okay. Und dann einer... Warte, nimmst du nicht weg? Du testest mich wieder zum Buggy? Ja, okay. Dann tanke ich es nur eben. Komm rein. Als er am Loch war. Die Leute kriegen jetzt schon Angst, wenn die das da sehen. Warte, ich sag dir, wenn du raus kannst. Ja, ich mache einen richtig coolen... Aber das sollte eigentlich cooler sein. Du kannst weiter. Nimm am besten bitte die linke Seite. Dann mache ich den Buggy in die Mitte. Okay. Wir müssen ein Motorrad hinter die Autos stellen, damit man erst recht nicht da durchkommt. Ja. Es gibt auch noch einen Trick. Man könnte dahinter warten mit dem Auto, wenn wir jemanden kommen sehen. Dann fahren wir los und dann fährt er gegen unser Auto. Ach so. Ja. Spoonskrupp redded. Ja. Du ja auch. Ja. So. Okay, da kommt was. Da kommt was. Kommt schon was? Ja. Ich snipe es schon mal drauf. Länge. Sollen wir es kaputt schießen? Einfach kaputt schießen. Ja. Okay. Ja. Alles klar. Was auch immer damit gerade passiert ist. Was damit passiert ist, die wurden fertig gemacht, wurden die. Richtig fertig gemacht. Gehen wir hier vor zu dem anderen. Es sah ein bisschen seltsam aus. Frag mich, was der Plan von denen war. Die hatten keine Chance. Die dachten sich, lass mal durchfahren. Lass mal durchfahren. Aber es klappt nie so gut. So gut wie gar kein Dude. Ne? Ja, die hatten auch irgendwie gar keine, also so Boosts, ne? Hier ist noch eine Pfanne, wenn du brauchst. Ja, nämlich. Ah, nee, hab ich schon. Ich glaube, ich ja. Hier ist das neue Pennerfeuer. Können wir uns kurz wärmen? Ja. Wärmen. Der Bote hat einen Garten. Warte mal, jetzt will ich aber mal testen hier. Oh, guck mal. Die Pfanne ist hier noch auf dem Boden und man kann nicht durchschießen. Weißt du, was ich dann mache? Ey. Guck dir, dieses... Ah, Mist, weg. Warte mal, warte mal. Was ist, wenn ich die droppe? Dann liegt die nur, ne? Schade. Ey, wenn man eine Pfanne richtig krass gut droppt, sag ich mal hier so drauf. Warte mal ganz kurz. Hast du noch einen Boost übrig? Also einen, weil dann kann ich dir einen Painkiller geben. Ich hab zwei Painkiller halt nur, ne? Ich will die jetzt auch nicht verschwenden für meine paar Leben so. Deswegen nehme ich gerade noch gar nichts. Ich glaube aber nicht, dass hier noch mehr kommt, oder? Ah, klar. Die Zone, guck mal. Guck dir die Zone an. Ja, weißt du, was gleich passiert? Die schwimmen hier hoch und töten uns von hinten. Wir müssen mal aufpassen. Oh, 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 oh. Was, was ist das? Ich bin auf das Auto gesprungen, das hat gerappelt. Ich hab Angst gekriegt. Hörst du das? Nee. Nee, okay. In der AC wäre ich jetzt tot. Ja. Da kommt was. Die werden schon abgeschossen. Auf dem Motorrad. Aber die sehen wahrscheinlich jetzt die Straßensperre. Mhm. Ja, guck mal, wie die schlenkern. Ich hab einen ausgenockt. Alter. Hör auf die. Schieß auf das Motorrad. Anstatt mir die Kills zu klauen. Einen ausgenockt. Schön, wir haben sie. Schieß sehr auf den Gedeunten. Nee, ich hab auf die da ganz hinten geschossen. Ganz hinten. Also. Super weit hinten. Die sind dann noch. Ja, lass die kommen. Die müssen doch kommen. Wir bleiben hier hinterher versteckt. Ich mein, letztendlich ist das ja egal. Aber das ist halt einfach doof. Das nimmt uns die Chance zu überleben nachher. Nee, nee. Das, also. Ich hab auf die. Ja, keine Ahnung. Der hat geblutet. Ja, vielleicht waren auch die dahinter. Keine Ahnung. So, Motorrad haben wir jetzt auch noch hier stehen. Sehr gut. Sollen wir das Motorrad hier hinterstellen? Als richtig nochmal extra blockade? Nee, kann ich jetzt nicht. Die ziehen grad Feuer auf mich. Also. Wo sind die denn? Ich seh die nicht. Die sind ganz hinten an der Tankstelle dran. Warte, ich sniper den weg. Oh, sauber. Ja. Genau da, wo du bist, schieß ich durch, Spoons. Wenn ich jetzt geschossen hätte, so voll den Edge-Shot von mir gekriegt. Ich hab doch einen 8-Fast-Cop, Spoons. Ja, ich auch. Ach so, okay. Soll ich da dünner zu schießen, so? Na gut, das bringt nichts. Ich da jetzt draufballer. Das kommt gar nicht an. Wie weit ist denn das weg? 1, 2, 3, 4. Das ist ja schon 500 Meter weg. Oh, guck mal, die Zone. Die Zone. Ja, die ist geil für uns, ne? Der richtig böse. Wow. Okay, wir brauchen... Du musst auf jeden Fall auch ab und zu mal nach hinten gucken. Weil ich muss nicht viel machen. Okay, okay, da sind schon welche auf dem Berg. Okay. Wurde grad geschossen. Sind die da noch draußen? Die sind da, oder? Nee, die sind da drunter, so. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den treffen kann. So, rat mal kurz jetzt Deckung hier. Ja. Für mich. Von der Seite zumindest. So. Nee, ich glaube, ich treffe den nicht da drunter, leider. Aber die werden kommen müssen, ne? Die werden jetzt bestimmt schwimmen, weil... Wenn die über die Brücke laufen, sind das echt krasse Idioten. Oh, da kommt was. Buggy. Kann schon mit drauf schießen gleich. Ah, die sind... Jetzt. Jetzt kannst du... Einer ist down. Ja. Ein Slider ist so weit weg hier. Down. Okay. Und hinten, die Leute kommen, ne? Kommen die jetzt? Ja. Wieso kommen die? Ich weiß nicht, an der... Boah, ich hoffe, dass hier nichts von hinten uns gleich abschießt, Mann. An dem kaputten Auto, an dem gelben rechts, ist einer. Ja, ich sehe schon. Einer, der läuft jetzt links. Ich treffe den nicht. Ja, das sind gut 400 Meter weg, ne? Ja. Die wollen schwimmen, glaube ich. Und dann uns von hinten wollen. Na, sicher wollen die schwimmen. Als ob jetzt einer noch über die Brücke geht. Und wenn ich auch richtig bekloppt. Ja, warum nicht? Wie viele Leute... Wie viele Kills hast du denn schon? Erst zwei. Zwei, okay. Er ist... Ich meine, nicht so viel gekillt hier. Ne, ein paar sind auch down gegangen und so. Die haben dann andere... Ach so. Aber wir haben hier insgesamt schon... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Leute oder so hier gekillt. Die ersten waren zu dritt. Dann haben wir nochmal zwei oder so. Dann nochmal zwei. Ja, wir haben bestimmt schon sieben Leute oder so hier gekillt. Ja, wir müssen fix mal hinter uns schauen, du. Ja, ich gucke hier auch noch gerade. Der schießt, glaube ich, auf dich, oder? Nein, nein, das kommt überhaupt nicht an hier. Die können mich auch gar nicht sehen, eigentlich. Da ist der umgestützte Bus. Ei, 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 du. Also zur Not kommen wir am besten hier auf meine Seite mit dem Wagen da. Ich bin clear hier. Die können mich von hinten gar nicht sehen. Das ist ein ungestützter Bus. Es kommt was, kommt was. Okay. Drei Leute, mindestens. Drei Leute. Laufen die? Drei Leute. Die werden gerade abgeschossen. Die fahren, die fahren. Aber ein geht es. Der eine ist ausgenutzt. Keine Chance. Jetzt haben wir noch die Autos hier stehen. Oh, was ist das denn hier? Boah, das hat mich fast gekillt, Mann. Ei, 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 das sieht nicht gut aus. Sind da noch mehr? Da. Ich weiß es nicht. Die rennen links lang. Dein Rücken, ne? Vorsicht wegen deinem Rücken. Naja. Ich guck mal nach so ein bisschen Loot da vorne. Willst du jetzt echt vorrennen? Okay. Naja. Die sind, die... Gibt dich. Die schießen eh nicht auf mich. Die werden wegrennen, Mann. Als ob die jetzt hier noch so warten. Ich glaub am... 5 und 6er bitte mitnehmen, wenn das geht. Da kommt einer. Vorsicht an den schmutzigen Autos. Brauchst du noch einen Vierfach-Scope? Ne, ne, passt schon. 5 und 6er brauch ich noch. Ja, nehm ich ein bisschen mit. Hab ich jetzt ganz viel. Ja, die sind auf der rechten Seite. Also die sind nicht übers Wasser. Mhm. Die... Ja. Ich geh da vorne auch mal kurz looten. Eine Minute noch? Ja. Du brennst ganz schön beim Freund, der... Ich weiß. Wenn die dich jetzt treffen, ey. Ich hab noch einen Schallimper für dich. Mhm. Sauber. Danke. Aber ich kann den nicht mitnehmen. Fuck. Der noch keinen? Der hat auch noch einen. Oh, wie das leckt, Mann. Wie das leckt. Ja. Oma, 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 Oma Paradies. Ich muss ein bisschen Muni droppen für die Boost. Ich glaube, das ist besser, wenn... So, warte. Alles easy, mein Freund. Riki, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Willkommen im Oma Paradies. Vielen, vielen Dank, du Eubel. Danke dir, mein Freund. Danke dir. Und my little pony. Auch dir. Vielen, vielen Dank. Willkommen im Oma Paradies. Denkt dran, euer Alerts zu sharen. Wenn der Alert kommt. Und vielen, vielen Dank, Mann. Danke euch. Hier. So. Äh, Suppressor. 5,6er? Ja. Äh, wie viel brauchst du? Ich droppe dir noch mehr. Warte, 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 warte. Bisschen was. Ich hab, äh, 90. Hier. Danke. Reicht schon. Passt. Und wie sieht's mit Boosts aus? Ich hab jetzt nämlich viele Boosts. Ich hab, äh, vier Tainkeller. Boot, Boot, Boot. Ja, ich höre. Shit, shit, was machen wir jetzt? Töten. Ich komm hier nicht hoch. Ey, jetzt ein Drop direkt vor uns an der Brücke. Spoons, direkt an der Brücke vor uns. Ja, und jetzt? Schießt du? Nee, nee, nee. Da ist noch ein Auto. Äh, ist hier ein Auto noch funktionsfähig? Dann fahr ich mal schnell. Jetzt kommt hier eh keiner mehr. Ich fahr mal schnell zum Boost, äh, zum, zum Loot. Die, die pushen doch jetzt gerade. Von wo denn? Von links. Unten. Ja? Hier unten. Ja. Ja, ich hatte gerade einen. Warte, ich bin gleich wieder da. Ich brauch nur zwei Sekunden, Boot. Zwei Sekunden. Okay. M24. Oho. Ja gut, die hätten mal eher gebrauchen können. Das wär cool gewesen. Ich nehm sie mal mit. Also ich glaub auf der Brücke oben ist keiner mehr, sonst würden wir den noch sehen. Könnten also ein bisschen hinterfragen. Oh, die sind genau drin. Genau drin? Ja. Ja, aber ich stell das Auto so, dass wir dann gleich wieder losfahren können. Ja, ja. Ja, ja. Ja, die können das halt kaputt schießen, ne? Aber wir haben ja mehrere Autos. Äh, Spoons. Was ist mit Spoons? Brauchst du was? Ich hab vier Pain-Killer, ein Energy. Also Energy wär schon noch ganz gut. Hier. Hier the greed. Ja, das war schon, war schon jetzt bisschen... Hast du ein Sniper-Magazin? Ne, ne? Ne, nix. Wir müssen doch irgendwie unter uns sein oder den Berg vielleicht hochpushen. Ich denke, Vorsicht. Die warten bestimmt so ein bisschen im Wasser, kann ich mir vorstellen. Ja, rechts von ums Richtung Westen, da läuft einer rüber. Ja. Aber ich kann da nicht langschießen, das ist irgendwie blöd hier. Trocken? Oder nicht? Ne, ne. Das war relativ knapp daneben, aber... Was, an der Hütte? Ist da einer? Ne, ne, wo? Wo genau war der denn? Der geht links den Berg weiter hoch. 255, der ist relativ weit oben am Berg, Mann. Ich hab nicht gesehen, ob er das getroffen hat, ehrlich gesagt. Ganz schön auffällig mit deiner K hier. M42, meinst du? Ach so, M24? Ja, M24, M42. M24, M24 ist der Nachrichtensender, ne? Mhm. Wir sind hier halt gleich ein bisschen am Arsch, wenn die Leute vor uns in den Hütten sind, ne? Und der Kreis ist an den Hütten. Und wir müssen da so drauf zufahren gleich. Ja, alles gut, alles gut. Da kann ich das Wunst nicht mal Schuhe anziehen. Da will er rumschlabbern, das macht ihm Spaß. Ich hab Schiss, dass die gleich hier einfach unten langlaufen, während wir das nicht checken und uns dann vom Berg kehren oder sowas. Aber eigentlich haben die nicht so eine gute Chance, uns zu treffen. So, der Kreis kommt dann. Ja, da hinten leiten. Äh, Ost, 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 Ost. Ja, ich seh ihn. Schön. Hä, wo? Ich weiß gar nicht, wo meine Schüsse hingehen, Mann. Er ist hier noch hinterm Baum, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ich kann ihn leider nicht mehr hitten. Aber ich glaub, die ist nicht drin. Ist nicht drin. Der eine ist ausgenommen. Hit. Down. Aber, ist tot. Uh, okay. Das waren die beiden bestimmt vom Boot aus oder so, ne? Ja. Waren direkt, also ich hab den anderen Kill bekommen. Ja. Also sind beide down. Ähm, ja, das kann sein sogar. Wir müssen vor. Lass uns schon mal jetzt vor. Ja, aber... Ich ja? Ich hör Schritte. Unter uns. Ja, ich auch. Unter uns. Wenn wir schon mal jetzt vorgehen, dann müssen wir gleich nicht da rein, wenn alle schon in den Gebäuden campen, weißt du? Ja, dann los. Ab ins Auto. Ja. Kommst du? Ja, ja. Ich bin dran. Warte, du bitte. Okay, komm. Bin drin. In der Tankstelle? Ja. Oder ich glaub, die Häuser hinten, die hinteren sind vielleicht besser. Ich vertrau dir. Ich vertrau dir. Voll und ganz. Lass uns hier rein. Einfach. Also in das, in das Ober-Zweierschüssige oder vielleicht. Ich weiß auch nicht, was jetzt besser ist. Ey, hier sind noch zwei First Aid Kits. Mhm. Aber ich glaub, hier oben drauf zu gehen ist jetzt ein bisschen scheiße. Die Burschen sind an dem Baum. Sind an dem Baum. Ich kann von hier snipen. Drei Leute. Warte. Cars. Am Baum vor... Welcher Baum? An der Brücke. Ach so. Einer hat einen Hit. Zwei Hit. Die Witter. Hat noch einen Hit der eine. Einer ist ausgenockt. Hab einen auch ausgenockt. Müsste nur noch einer dann sein. Oh, hier sind welche noch. Rusht was? Ja. Es rusht was. Komm hoch zu dir. Ja, ihr. Ich hör. Ach so. Ich dachte, die kommen hoch zu mir. Ja, ja. Ich dachte, die kommen hoch zu mir. Also ich meinte, das kommen hoch zu dir. Ich dachte, du meinst die. Auf dem Berg. Vorsicht. Auf dem Berg. Ich... Oh, shit. Gibt es eine Deckung? Wir können lieber runter gehen vielleicht. Einer ist ausgenockt. Da ist noch einer außerhalb des Kreises. 30 Grad. Alle tot. Alle tot. Squad ist tot. Oben auf dem Berg. Ja. Neben noch einige hier. Ich guck kurz zur... Unter uns sind, glaube ich, Leute. Wir müssen aufpassen, dass die nicht hochkommen und uns rushen, ne? Das wäre ein bisschen scheiße für uns. Wir sind mit dem Haus genau drin. Ja. Problem ist, das Haus ist genau da. Wir können nur auf der Seite hier bleiben. Also das Haus ist... Das Haus hier vor mir, wo ich hingucke. Das... Da könnte einer oben sein. Stimmt. Können wir uns wegholen? Ja. Ey, ich ist selbst. Pass auf, das kommt hoch, ne? Ich glaube nicht. Ich bin not, ich habe eine Shotgun. Der ist unter mir. Warte, ich sehe den. Zwei Leute. Ich habe einen ausgenockt. Der war direkt unter uns. Im Sprung die ganze Zeit. Hier ist der. Warte, ich kill den. Der ist hier direkt unter mir. Okay. Okay. Jemand anderes schießt auf den. Jemand anderes killt den. Hier oben vom Berg. Irgendwo. Boah, jetzt bin ich an der richtigen Scheißposition eigentlich. Ja. Komm mal wieder. Unten, unten bei uns dran. Ich habe gekillt. Einer ist ausgenockt, glaube ich. Ich bin auf so einem ganz komischen kleinen Podest, Mann. Einer ist direkt unter mir an dem Dacia. An unserem Dacia dran. Okay. Ich habe gerade einen Kill gemacht. Ich glaube, keiner checkt, wo ich gerade bin, ehrlich gesagt. Das ist wahr. Oh, einer pusht vor hier. Ja. Ist so gut wie down. Ne, ist tot. Hier ist einer bei mir noch. Kommt links dran. Wenn er gleich vor mir ist, habe ich den. Wir sind genau unter uns irgendwie. Keiner. Ich kann gucken, ob der hier vorne von rechts reinkommt. Also bei der Tür meinst du? Ja. Also wenn er von rechts kommt, dann sehe ich das. Wenn er in die Tür hier reinkommt, dann sag Bescheid. Wenn du das meinst. Ja. Aber nur von rechts. Also ob der von Süden so. Noch zwei Leute, ja. Ich habe noch ein paar Nades. Die könnte man vielleicht machen. Warte mal. Bei mir an der Mauer ist hier keiner. Wir müssten über die Straße rüber. Warte mal. Das ist genau im offenen. Warte mal. Die sind definitiv genau unter uns. Ich habe eine Granate, aber wo soll ich die reinwerfen bin? Ich müsste die vielleicht gleich sehen, Mann. Hier. Der kommt hoch. Der kommt hoch. Einer ausgenockt. Ich habe eine Nate hier runter. Siehst du noch den zweiten? Nur noch einer, ne? Nur noch einer. Wenn der hochkommt, sehe ich den. Der kann gar nichts machen. Wenn der hochkommt, ist der tot. Dann habe ich den. Der andere ist nur ausgenockt, oder? Der ist tot. Nein, nein. Ich habe den gekillt. Tot? Okay. Es ist nur noch einer. Drei alive. Wenn wir den gleich sehen, können wir mal runter springen oder so und den töten. Zone kommt jetzt gleich. Ja. Aufpassen. Wir haben relativ viel Leben. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Am Auto, am Auto. Ab ihm. Daumen. Da, 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 da. Was ist denn die Wunde? Ey, wir haben langsam so viel Material. Ich komme mit den Folgen gar nicht hinterher. Ich kann gar keine Folgen machen. Ich muss drei Folgen pro Tag hochladen, um hinterher zu kommen. Ich komme mit den Folgen.